So. Ihr erinnert euch ja vielleicht daran, dass ich mir da so eine Zoe zugelegt habe und sehr, sehr unglücklich mit diesem Fahrzeug war. Hauptsächlich dem Grund, dass das Entertainment-System komplett stinkt und dieses Auto nicht in der Lage ist. Also sagt, ich kann Android Auto und zeigt dann Pixelbrei an. Und das hat mich sehr unglücklich gemacht. Aber nur bei deinem Pixel. Mit anderen Androids geht's. Mit alten Androids geht's. Mit aktuellen Androids nicht mehr so geil. Also meine Vermutung war ja schon, der macht da vermutlich zu viel Bitrate und dieser Computer in diese Zoe fällt um, weil der halt einfach ein 386er ist. So. Dann hat der der, der, die Renoni da so gemeint, wir tauschen mal den Kartenleser. Da waren sie auch nicht von abzubringen, als dass das eine super Idee ist. Ja, kann man machen. So. Und jetzt hab ich überlegt, lass ich sie das nächste Teil tauschen. Aber es bringt ja nix. Also klar könnte ich jetzt sagen, ihr dürft jetzt dreimal nachbessern und dann wird es nicht zu funktionieren. Dann können wir darüber reden, ob ich die Zoe zurückgeben will. Aber eigentlich möchte ich dieses Auto ja weiterfahren. Und jetzt war ich unglücklich insgesamt mit der Gesamtsituation. Und jetzt kam eine neue Android Q Beta raus von dem kommenden Android. Und der eine der Vorteile, wenn man eine Google Pixel benutzt, ist, man kriegt sofort die Betriebssystem-Updates. Und dann hab ich mir und diese Beta hat offensichtlich, wenn man Reddit glauben darf, so die größten Sachen behoben, die mich bisher davon abgehalten haben, wieder auf Android Q zu wechseln. Und hab auf Android Q gewechselt. Android Q liefert automatisch eine neue Variante von Android Auto mit. Die hätte man vorher sich schon freischalten können. Das hab ich tatsächlich versäumt. Vielleicht hätte das auch schon geholfen. Weil siehe da, seitdem zeigt mein Android Auto Gerät einfach die Sachen an, die ich da warten würde. Also wenn ich um die Kurve fahre, zerfällt die Karte nicht in Pixelhaufen, sondern die Karte wird weiter angezeigt und so weiter und so fort. Und und das ist das Bonus an der Sache, Google hat Android Auto komplett überarbeitet. Es macht plötzlich viel mehr Sinn. Es ist nicht mehr so ein kompletter seltsamer seltsame Anordnung von Dingen. Sie hatten bisher immer so ein Konzept, das ich insgesamt besser fand als CarPlay. Sie rücken aber jetzt ein bisschen näher an CarPlay ran. Somit wenn du auf Home gehst, kommst du auf so eine App-Übersicht von allem, was Android Auto unterstützt. Das machen sie jetzt plötzlich auch. Haben aber trotzdem diese zentrale Notification-Geschichte, die es bisher immer gab, weiterhin drin und du hast es gibt einen Schnellwechsel zwischen der aktuellen Navigations-App und dem aktuellen Musik-Player. Das heißt, wenn ich in der Navigations-Ansicht bin, habe ich unten immer so zum Beispiel hier Playing-Status von Pocket Cast oder von Spotify und umgekehrt, wenn ich im Audio-Player bin, sehe ich unten, wenn Google Maps läuft, das Google Maps-Logo und den Hinweis auf die nächste Navigation, also auf den nächsten weißt du Bescheid. Und das ist tatsächlich sehr, sehr angenehm und wertet diese Zoe einfach enorm auf. Ich habe mir jetzt noch einen USB-C der Dock bestellt, dass ich das Telefon einfach nur noch da unten reinstellen muss. Das ist noch nicht da. Und das macht das Autofahren mit diesem Auto einfach sehr viel besser, wenn man ein Navi braucht. Es ist Kabelwunden, oder? Ja, natürlich. Ja, 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 okay. Ja, nett, nett. Ich habe CarPlay benutzt, um nach Italien zu fahren mit dem Google Maps, weil ich ankommen wollte und nicht TomTom benutzen konnte. Ein iOS 13 CarPlay? Nee, noch mit 12. Okay. Und ein kleiner, angenehmer Nebeneffekt von CarPlay benutzen und Android Auto benutzen im Gegensatz zu Bluetooth-Koppeln ist, dass du am Ende dein Auto nicht zurücksetzen musst und irgendwie hier Kontakte wieder löschen und Navigationsziele löschen und Zeug, wenn du einen Mietwagen hast. Weil ansonsten, das war jetzt ein Neuwagen, deswegen war noch kein Quatsch drin, aber sonst siehst du immer irgendwie iPhone von Günther und Android von Petra und hin und her und deren Kontakte und wo sie hingefahren sind. Ja, ja, ja. Total irre. Das ist wirklich wild, dass da noch keiner hinterher gestiegen ist. Dass die Autos keinen Mietwagen-Modus haben, wo sie aufhören, das Zeug irgendwie aufzuzeichnen. Dafür habe ich andererseits in meinem Settings General CarPlay, irgendwie 15 Autos drin von den ganzen Mietwagen. Ja, ja. Und die heißen alle Volkswagen. Sehr sinnvoll da. Danke. Ja, aber Android Auto CarPlay sehr angenehme Sache und ich glaube auch, dass CarPlay mit iOS 13 nochmal einen ganzen Tick sinnvoller wird. Ja, ja. Wenn du halt mehrere Sachen sehen kannst und wenn Siri nicht den Bildschirm übernimmt. Weil zum Beispiel jetzt ist es auch so, wenn du navigieren willst, es kommt eine iMessage rein, du klickst iMessage vorlesen, dann siehst du deine Karte nicht mehr. Ja, das ist natürlich Käse. Aber das, ja, ist bald vorbei. Ja. Ich schaue mal, vielleicht schaue ich mir mal langsam auf so einem Sekundärgerät mal die Beta an. Ich glaube, langsam kann man es behalten. Ohne echte Daten, ohne echte Accounts. Nein, kannst du wagen. Es ist ein langes Thema, ein langes Thema. Oh, aber dafür haben wir gar keine Zeit mehr heute. Oh Gott.